Johann Caspar Lavater war ein reformierter Pfarrer, Philosoph und Schriftsteller aus der Schweiz in der Zeit der Aufklärung. Leben Lavater wurde 1741 als Sohn eines Arztes im elterlichen Haus an der Spiegelgasse 11 in Zürich geboren. Er besuchte zuerst die deutsche Schule, dann die Lateinschule, ab 1754 dk Sekunden Collegium Humanitatis und von 1756 bis 1762 dk Sekunden Collegium Carolinum in Zürich, wo unter anderem Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger seine Lehrer waren. 1762 wurde er ordiniert. Im gleichen Jahr machten er und der spätere Maler Johann Heinrich Füssli mit einer Schrift auf das ungerechte Treiben des ehemaligen Land Vogts Felix. Rebel aufmerksam 1763 unternahm Lavater zusammen mit dem befreundeten Johann Heinrich Füssli eine Bildungsreise nach Norddeutschland, um sich bei dem aufgeklärten Reformtheologen Johann Joachim Spaldingenbad in Schwedisch Pommern weiter für das geistliche Amt auszubilden. Auf der Reise dorthin über Berlin wurde er mit vielen bedeutenden Männern seiner Zeit bekannt. In Bad, wo er acht Monate zubrachte, begann er seine schriftstellerische Laufbahn zunächst mit kritischen Arbeiten. Nach seiner Rückkehr nach Zürich gründete Lavater verschiedene Gesellschaften und gab erste wichtige Texte heraus. 1769 wurde er Diakon, 1775 Pfarrer an der Weisenhauskirche, 1778 Diakon und 1786 Pfarrer an der St. Peterskirche in Zürich. 1769 übersetzte Lavater Charles Bonnets Idees URL Eta Futur des Etre Vivants Oupal in Genesi Philosophic als philosophische Untersuchung der Beweise für das Christentum und widmete diese Schrift dem Aufklärer Moses, Mendelssohn, um diesen entweder zu einer Widerlegung oder zum Übertritt ins Christentum zu bewegen. Dies war der Anfang einer brieflichen Auseinandersetzung zwischen Mendelssohn und Lavater, die von der gelehrten Öffentlichkeit ganz Europas mitverfolgt wurde. Lavater erhielt in dieser Auseinandersetzung Unterstützung durch den Juristen und Theologen Johann Bolter Sarkölbille. 1774 lernte er auf einer Rheinreise, die weitgehend auf einer Lauertanne stattfand, unter anderem Johann Wolfgang von Goethe, Johann Bernhard Barsedo und Johann Gerhard Hasenkamp kennen. Goethe schrieb über ein Essen mit Lavater und Barsedo einen kleinen Vers, der zum geflügelten Wort wurde. Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitten. Begleitet wurde er von dem aus Ludwigsburg stammenden Zeichner und Kupferstecher Georg Friedrich Schmoll, der nach der Rückkehr viele der auf der Reise angefertigten Porträts für die physiognomischen Fragmente in Kupfer stach. Nachdem Lavater als Prediger an die St. Anskarius-Girche in Bremen berufen wurde, unternahm er 1786 eine Reise dorthin. Obwohl er die Stelle abgewiesen hatte und weiterhin in Zürich als Pfarrer tätig blieb, wurde er auf der Reise und in Bremen mit Begeisterung empfangen. Auf Einladung des Ministers Bernsdorf unternahm er 1793 eine Reise nach Kopenhagen. Die letzten Jahre seines Lebens wurden zu einem großen Teil durch die politischen Ereignisse bestimmt. Da Lavater sich kritisch über die Auswirkungen der französischen Revolution äußerte und auch den Einmarsch der französischen Truppen in die Schweiz stark kritisierte, kam er bei der helvetischen Regierung in den Verdacht eines Einverständnisses mit Russland und Österreich. Am 16. Mai 1799 wurde er verhaftet und nach Basel verschleppt. Am 10. Juni wurde er freigelassen und kehrte nach Zürich zurück. Als er bei der Eroberung der Stadt durch andere Massener am 26. September gleichen Jahres den verwundeten Soldaten auf der Straße Hilfe leistete, wurde er von einer feindlichen Kugel getroffen. 15 Monate später starb er an den Folgen der dabei erlittenen Verletzungen. Sein Schwiegersohn Georg Gessner veröffentlichte im Auf Lavaters Tod folgenden Jahr eine dreibändige Biografie, Werk und Bedeutung. Lavater wurde durch seine physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe bekannt, in denen er Anleitung gab, verschiedene Charaktere anhand der Gesichtszüge und Körperformen zu erkennen. Mit dieser Theorie der Physiognomik trug er wesentlich zur Popularität des Schattenrisses in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Bei Lavaters Theorie der Physiognomik wurde in der damaligen Zeit lebhaft diskutiert, unter anderem von Lichtenberg, Goethe und Humboldt. Bekannte Künstler wie Daniel Rudowicki, Johann Rudolf Schellenberg oder Johann Heinrich Lips lieferten Vorlagen für seine Sammlung Physiognomik. Daneben verfasste Lavater die Schweizer Lieder, das in vier Bänden erschienene Werkaussichten in die Ewigkeit, das geheime Tagebuch, von einem Beobachter seiner selbst und die unveränderten Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner selbst, verschiedene theologische, pädagogische und patriotische Werke sowie den Pontius Pilatus und den Nathaniel. Weiter wurde er auch wegen seiner zahlreich publizierten Predigten bekannt und der diversen religiös geprägten epische Dichtungen wie Jesus Messias oder die Zukunft des Herrn und Josef von Arimatea sowie des religiösen Dramas Abraham und Isaac. Nach Lavater ist im Zürcher Stadtkreis Engel eine Straße sowie ein Schulhaus benannt. Im Jahr 1954 wurde in Wien Donau-Stadt die Lavater-Straße nach ihm benannt. Darüber hinaus trägt der Asteroid Lavater seinen Namen. An seiner Wirkungsstätte in Zürich ist im Lavaterhaus im Hause St. Peterhofstadt VI eine Sammlung zu seinem Leben und Werk entstanden. Dort gibt es Führungen und Veranstaltungen zu besonderen Anlässen. Werke 1762 Der ungerechte Land Vogt oder Klagen eines Patrioten 1767 Schweizer Lieder Von einem Mitglied der Helvetischen Gesellschaft in Schinsnach 1768 bis 1778 Aussichten in die Ewigkeit 1769 Drei Fragen von den Gaben des Heiligen Geistes 1769 Johann Kaspar Lavaters Zueignungsschrift der Bonnetischen Philosophischen Untersuchung der Beweise für das Christentum an Herrn Moses Mendelssohn in Berlin 1770 Antwort an den Herrn Moses Mendelssohn zu Berlin 1770 Morgengebete und Abendgebete auf alle Tage der Woche 1771 Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst 1772 Von der Physiognomik 1773 Predigten über das Buch Jonas Zürich David Birkley im Verlag Steiners & Co. Zwei Teile 254 und 287 S 1773 Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuch eines Beobachters seiner selbst 1775 bis 1778 Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe Digitalizei und Volltext im Deutschen Textarchiv BD 1 Digitalizei und Volltext im Deutschen Textarchiv BD 2. 1776 Abraham und Isaac 1780 Jesus Messias oder die Zukunft des Herrn 1782 bis 1785 Pontius Pilatus oder die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen 1785 etwas geschichtliches vom sogenannt tierischen Magnetismus 1786 Nathaniel 1787 bis 1788 Vermischte an Physiognomische Regeln zur Menschen- und Selbstkenntnis 1788 Christlicher Religionsunterricht für denkende Jünglinge 1790 bis 1794 Handbibliothek für Freunde 1793 Regeln für Kinder 1793 Reise nach Kopenhagen im Sommer 1793 1794 Josef von Arimatea 1795 Enne Chassis oder vermischte Gedanken und freundschaftliche Räte 1798 Wort eines freien Schweizers an die große Nation 1798 Das menschliche Herz 1800 bis 1801 Freimütige Briefe über das Deportationswesen und seine eigene Deportation nach Basel Werkausgabe Johann Kaspar Lavater Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe Verlag Neuzürcher Zeitung Zürich Band 1 1 Bettina Wolz-Tobler Jugendschriften 1762 bis 1769 2008 ISBN 978-303823-0595 Band 1 2 Bettina Wolz-Tobler Der Erinnerer 2009 ISBN 978-303823-5361 Band 2 Ursula Kaffle-Schnetzler Aussichten in die Ewigkeit 1768-1773-78 2001 2001 ISBN 3-85823-8651 Band 3 Martin Ernst-Hürzel Werke 1769 bis 1771 2002 ISBN 3-85823-961-5 Band 4 Ursula Kaffle-Schnetzler Werke 1771 bis 1773 2009 ISBN 978-303823-5378 Ergänzungsband Horst Weigelt Bibliografie der Werke Lavaters Verzeichnis der zu seinen Lebzeiten im Druck erschienenen Schriften Wissenschaftliche Redaktion Niklaus Landolt 2001 ISBN 3-85823-864-3 Ergänzungsband Christoph Eggenberger Mahlis Steli Johann Kaspar Lavater Verzeichnisse der Korrespondenz und des Nachlasses in der Zentralbibliothek Zürich 2007 ISBN 978-303823-3541 Ergänzungsband Ursula Kaffle-Schnetzler Konrad Ulrich Anna Barbara von Morald Andekdoten aus Lavaters Leben Zwei Bände 2011 ISBN 978-303823-6870